Musik Schöner die Kugeln nie rollten als zu der Weihnachtszeit. Sie merken, ich bin schon komplett in Weihnachtsstimmung. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur Live-Ziehung im Samstags-Lotto. Tja, mein Kollege Chris wollte am Mittwoch einen Millionär küren. Das ist ihm auch gelungen. Trotzdem ist der Jackpot weiter gestiegen. Wie das geht, erzähle ich Ihnen gleich. Aber jetzt wollen wir erst mal frisch zur Tat schreiten. Unsere Kugeln und Ziehungsgeräte sind selbstverständlich ordnungsgemäß überprüft worden. Wir starten mit der Ziehung 6 aus 49. Viel Glück. Mit 6 richtigen Millionär werden, das haben in diesem Jahr, 42 Lottospieler geschafft. Und der 42. das war der vom letzten Mittwoch. 6 richtige ohne Superzahl. Wir starten mit der ersten Glückszeit des Abends. 5. Und den höchsten Einzelgewinn in diesem Jahr, den hatten wir vor rund 4 Wochen. Und das waren 21,3 Millionen Euro. Eine ordentliche Summe. Hier kommt die zweite Zahl. 27. Sicher wollen Sie auch wissen, was der höchste Jackpot 2013 war. Das war Anfang September unser Jackpot mit 27 Millionen. Den haben sich damals zwei Tipper geteilt. Die dritte Glückszahl. Die dritte Glückszahl. 38. Und damit auch wurde der Jackpot eben nicht geknackt. Und deshalb haben heute wieder eine oder mehrere Tipper die Chance, 21 Millionen Euro abzusahnen. Wir kommen zur vierten Zahl. 17. In der Weihnachtszeit gibt es ja die schöne Tradition, dass es in fast allen Bundesländern Sonderauslösungen gibt. Da kann dann ein ordentliches Weihnachtsgeld auf Sie zukommen. Die vorletzte Glückszahl. Die 19. Und Sie merken, auch ohne Superzahl kann man Millionär werden. Bei sechs Richtigen ohne Superzahl oder auch bei unseren Zusatzlotterien. Hier die sechste Zahl im Samstagslotto. Es ist die 6. Nochmal ein Gesamtblick auf unsere sechs Richtigen. Und weiter geht es natürlich mit der Superzahl, die ist heute 21 Millionen Euro wert. Ich drücke Ihnen fest die Daumen. Viel Glück. Also im Jackpot, wie gesagt, 21 Millionen Euro. Und insgesamt in der Ausspielung sind es heute 49 Millionen. Und hier kommt sie. Die Superzahl. Drei. Und natürlich wollen Sie jetzt die Lottozahlen in der richtigen Reihenfolge sehen. Hier kommen sie. 5, 6, 17, 19, 27, 38. Mit der Superzahl 3. Und sofort geht es weiter mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien, die wir immer im Vorfeld zu unserer Liveziehung ermitteln. Starten wir mit Spiel 77, 27, 8, 8, 5, 5, 8, Super 6, 7, 2, 8, 1, 4, 4. Also ich hoffe von tiefstem Herzen, dass ich Ihnen jetzt ein bisschen Glück gebracht habe und dass der Jackpot geknackt wurde. Nachlesen können Sie das selbstverständlich wie immer auf unserer Internetseite lotto.de. Da gibt es auch alle Quoten. Da können Sie die Ziehungssendungen der Vergangenheit alle abrufen. Klicken Sie einfach mal rein. Das war es von meiner Seite. Am Mittwoch begrüße ich hier an dieser Stelle um 18.25 Uhr mein charmanter Kollege Chris Fleischauer. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich sage Tschüss und bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020